Tokio, eine Stadt der Kontraste, in der sich Tradition mit Fortschritt mischt. In diesem Jahr hat ein neuer Kaiser den Thron bestiegen, hier im Kaiserpalast, der Beginn einer neuen Ära in Japan. Schauen wir uns Tokios Kunstszene in dieser Zeit des Wandels an, ihre Traditionen und neuen Impulse. Die Adachi Stiftung beherbergt eine der wichtigsten Ukiyo-Sammlungen in Tokio. Die Blütezeit dieser Holzschnitte mit ihren zarten Linien und lebendigen Farben währte vom 17. bis ins 19. Jahrhundert. Eine Zeit, die als Edo-Zeit bekannt ist. Ukiyo-Zeit war Teil der Populärkultur und wurde während der Edo-Zeit von der breiten Öffentlichkeit geschätzt. Die Droge wurden von Verlagen produziert und zeigen die Mode der schönen Frauen der Zeit, so wie die Natur. Warum werden diese Bilder heute noch geschätzt? Die Tatsache, dass heute in diesem digitalen Zeitalter das, was wir tun, analog ist und jedes Bild wird einzeln von Hand gemalt, das ist es, was die Bilder attraktiv macht. Viele der in den Ukiyo-Zeit dargestellten Motive kann man heute noch in der Stadt finden. Das ist das gleiche Kaufhaus, das seit mehr als drei Jahrhunderten hier steht. Inzwischen ist das Gebäude etwas höher und der Fuji fehlt im Hintergrund. Auf dem berühmten Gemälde von Utagawa Hiroshige werden die Menschen, die die Shin-Oyashi-Brücke überqueren, von einem plötzlichen Schauer überrascht. Genau hier wären sie heute gegangen. Die Brücke besteht nicht mehr aus Holz und wir haben auf jeden Fall mehr Glück mit dem Wetter. Van Gogh war so beeindruckt von diesem Werk, dass er eine Kopie in Öl malte. Am Adachi-Institut werden nicht nur ältere, bekannte Werke reproduziert. Man arbeitet auch mit zeitgenössischen Künstlern zusammen, die moderne Originale schaffen. Die Handwerker werden in den Jahrhunderte alten Techniken ausgebildet, um die Tradition für zukünftige Generationen am Leben zu halten. Ich war Student an der Universität für Bildende Kunst und kam zufällig mit der Ukiyo-Technik in Berührung. Ich war fasziniert von den anspruchsvollen Techniken, die in Generationen zur Vollendung gereift waren. Und so begann ich mit dem Handwerk. Eine neue Generation von Künstlern aus Tokio verwenden die Ukiyo-Techniken, um einen neuen Stil zu kreieren. Akira Yamaguchi hat den größten Teil seines Lebens im Chuo-Viertel verbracht. Dieses Viertel inspiriert Sie? Man sieht, dass sich dieses Viertel von anderen unterscheidet. Der Mix aus moderne und alten Gebäuden ist hier miteinander verwoben. Das ist es, was den Stil meiner Gemälde ausmacht. In Akiri Yamaguchis Stadtlandschaften findet man traditionelle japanische Gebäude neben modernen Wolkenkratzern, fantastische Elemente und Science-Fiction. Er ist auch ein bekannter Manga-Künstler. Tokioer Künstler stehen an der Spitze der Manga-Szene. Die in ihren Zeichnungen dargestellten Orte ziehen Besucher aus der ganzen Welt an. Manga macht einen großen Teil der japanischen Kultur und Kunst aus. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Manga und Ukiyo-E. Manga-Künstler verwenden die Ukiyo-Perspektiv-Technik, um die bestmöglichen Winkel zu zeichnen und um die Bewegung darzustellen. Tokio ist eine Brutstätte für die Kunst, von Ukiyo-E bis Manga. Da sich die Stadt ständig weiterentwickelt, beeinflusst sie immer wieder eine neue Generation von Künstlern. Eine neue Generation von Künstlern.